hallo wir sind hier im mercur warschawa zentrum das hotel ist direkt neben dem bahnhof warschawa zentral nahe gelegen ich bin hier für eine nacht habe ein standardzimmer gebucht bekam aber ein upgrade auf eine suite und ich schauen wir uns jetzt mal wenn man reinkommt sieht man rechts eine tür die geht ins badezimmer kleine sitzbank großer kleiderschrank auf der linken seite dann in das erste zimmer mit einem schreibtisch und einem ledersessel vielleicht nicht mehr ganz der aktuelles deal aber es sieht trotzdem sehr edel zeitbord mit kaffeemaschine nespresso tassen kaffee wasserkocher kalte getränke alles vorhanden wie lange gibt es hier natürlich auch tisch mit stuhl und einem sofa noch mal umdrehen und schon sieht man dass es hier noch ein paar schränke gibt also wer hier länger bleibt bekommt ihr definitiv alle seine sachen die er mit hat wirklich auch gut unter das nächste zimmer ist dann das schlafzimmer hier gibt es dann auch ein fernseher gar nicht mal so klein schreibtisch und natürlich das wichtigste großes bett über dem bett wunderschöne schwarz weiß nacht aufnahme von wascher mit kulturparkalast auf der linken seite das einzige was mich hier stört ist der textil duschvorhang da bin ich immer nicht so ein freund von und dann kommen wir ins badezimmer was man also von zwei seiten betreten kann und da sehen wir dann zur rechten in dem fall das waschbecken und die toilette und auf der linken seite die badewanne das einzige was mich hier stört ist der textil duschvorhang da bin ich immer nicht so ein freund von aber ok kann man jetzt nicht ändern Duschgel, Shampoo, Zahnbürsten, Seife, alles vorhanden Handtücher natürlich auch auf dem bett auch noch Bademäntel bisschen was süßes Badeschlappen sind auch da ja eine ganze Menge was man hier für sein Geld bekommt es gibt hier noch eine Tür die ist aber abgeschlossen die geht in die Nachbarsuite also wenn man hier irgendwie zwei Suiten bucht und eine Verbindungstür haben möchte das geht hier auch da gibt es hier auch entsprechende Zimmer dann habe ich hier so einen kleinen Vorbau können wir nach draußen gucken lohnt sich wir sehen hier links den Kulturpalast der guckt hier um die Ecke und da drüber gegenüber ist das modernste, größte und wahrscheinlich auch teuerste Einkaufszentrum in ganz Warschau wenn man also viel Geld ausgeben möchte muss man hier einfach nur die Straße überqueren tja soweit dazu Merkür Warschauer Zentrum direkt am Bahnhof gelegen das sind so drei Minuten Fußweg von hier aus ich war hier vor zweieinhalb Jahren oder zwei Vierteljahr ungefähr schon mal gewesen hatte damals ein Standardzimmer das war auch schön war mein erstes Hotel hier in Warschau und freue mich dass ich wieder hier bin dass ich jetzt meine Suite habe schönes Zimmer, schönes Hotel kann ich wirklich empfehlen kommt ruhig mal her bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal